Hallo, erstmal hier ist Bilge und wir sind in der Haus. Hey Leute, Peace! Unsere Haare sind so voll im Arsch aus, wie ihr sehen könnt. Aber der Regen ist jetzt vorbei, Gott sei Dank. Und ich hoffe, der kommt euch wieder. Auf jeden Fall sind wir in Karlsruhe. Ich mache jetzt ein bisschen Drehen, ne? Ja, mach mal. Also, du kannst dich auch drehen. Auf jeden Fall egal. Hinter uns ist... Da ganz hinten irgendwo... Warte, da ist das Schloss. Aber ich weiß gar nicht, ob wir bis dahin gehen sollen. Keine Ahnung. Doch, wir gehen. Gehen uns da, ne? Okay, auf jeden Fall. Ich bin voll motiviert. Hier sind auch so Gras... Also, so würde das voll geil aussehen hier. Sag mal den Rest. Mach mal die Selfie-Kamera weg. Mach mal, Warte. Wir müssen einfach wechseln. Ja? Wie denn? Hier. Oh, jetzt hab ich ein Foto gemacht. Du bist so fail, ne? Weil wir können ja irgendwie nicht wechseln. Ernsthaft? Ja, ja, wir können nicht wechseln. Wir können aber jetzt ein Foto machen. Ist das dein Ernst? Warum soll ich... Dieser sieht ja noch weiter, ne? Ja, ich weiß ja. Ey, das ist das... Egal. Es ging ja eh nur, die Leute zu sehen, wie sie zu sehen kommen sollen. Ey. Also, jetzt kommt Fail-Video Teil 2. Teil 2! Und diesmal zeigen... Jo. Diesmal zeig ich auch, hier, wir sind jetzt am Gehen. Wir gehen jetzt doch zum Schloss anscheinend. Ey, Leute, was anderes. Aber Birg ist vorhin wieder runtergeflogen. Ja. Und Digga ist wieder voll ein weggelacht. Und hinter uns ein Mann auch. Und ja. Und hingeflogen ist... Ich bin nicht ganz auf die Fresse geflogen, damit ihr mich fest wisst. Aber das sah wie der Fall in Barcelona aus. Nein, da bin ich doch auf die Fresse geflogen. Ja, aber wärst du auf die Fresse geflogen, hätte es auch so ausgesehen. Das war kurz davor, dass du auf die Fresse fliehst. Undercover aufnehmen. Undercover, Undercover. So viel zum Thema Undercover. Nein. Ähm. Ah ja, hier, ne? Geser, Backpacker und so. Wir sind richtig heute diesmal... Wir sind richtig Dings geworden. Nein, fotografier mein Arsch. Aha. Also, wir sind diesmal richtig so Touri-Style. Aber eigentlich ist das gar nicht so schlimm. Ja. Also, eigentlich kann man das ja jetzt so sehen, ne? Ja. Sieht auf jeden Fall voll geil aus. Und hier sind zwar so wenige Leute. Aber eben, ne? Wir waren in... Stadt... Wie ist das nochmal? Einkaufsladen, so? Ettlinger Tor. Ettlinger Tor, so Arkaden. Und das war so voll, ne? Und anscheinend, guck mal, da kommen ja noch irgendwelche Restaurants. Das heißt... So viel zum Thema Japanesen. Wie ich dich aufnehme, nein. Oh mein Gott, okay. So, das war's jetzt, glaub ich. Das reicht ein bisschen. Okay. Aye! Kein...